Wir leben in der Prep, ne? Hier, Putenbrustfilet. Genau sieben Maiswaffeln. Ich hab so Hunger. Boah, zu lecker irgendwie. Die kommen in den Zehwischstisch. Die 7 Sachen sind gepackt, richtig zu recovern. Zeig euch mal heute, wie das geht. Meine Mütze. The Decathlon. Stattdessen seh ich aus wie... Wir gehen Ausländer, natürlich Meridian. Was ist da, was bist du und Hans? So lächelt mich das so an. Ich spring mich über den Podest. Vielleicht bisschen Training mit Emilio, danach für den Wellness. So lobe ich mir das doch. Egal in welchem Gym ihr seid, immer represent. Schau mal, was ich für ein teuer Supporter bin. Bis, mein Herr. Und den Spanien. Und den Spanien. Boah. Boah. Das ist geschwam. Das sieht schon cool aus, bin ich ehrlich. Es geht ab. Moin. Moin. Arme auf. Und dann ab. Oh. Wenn ihr mit mir trainiert, bitte nur so ein Gesichtsausdruck. Ja. Weiß. Do you know what time it is? To get that tongue camera off. No. I can't keep track. Schön auf die Knie. Nimm ihn in den Mund jetzt, B.O.V. Ist gut, ne? Ja, das wargst du, ne? Was ist schief. Wuh, Wuh, U-Pay, got booken fee plus VAT. RIPA1 nissadda hivirnissadda 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 Day in the life, let's see if you really trap, turn off the auto-tune. Let's hit a fish! Hello. BOOOOOO! Guck mal, hier, ne? Hier kann ich ganz, ganz wichtig sein, dass ich hier in der Nähe sehe. Wenn ihr hart arbeitet, auf jeden Fall entspannt. Ich habe 15 Minuten Sauna. Ich bin tot. Gönnt euch auf jeden Fall Regeneration. Wenn ihr hart arbeitet, dann müsst ihr auch nochmal chillen. Sauna, alles ausschwitzen. Ihr könnt uns hier im Tempel. Bleibt so gut. Viel Sinn.